Du hast dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe noch mal mit Herrn Baumann gesprochen und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. Weiter geht's mit dem Bustimulat. Wir müssen natürlich noch ein bisschen was ändern. Ich glaube, ich weiß, woran mein Fehler war oder wo mein Fehler war. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das könnte also tatsächlich der Grund sein, warum wir die 18 nehmen wir mit. Ja, und du bleibst auf dem gleichen Bus. So. So, Strecke gelöscht. Ja, bitte. So, ok. Dann bauen wir jetzt tatsächlich diese Strecke jetzt auf. Steine weg. Ich weiß es halt nicht. Hm. Warte mal, jetzt muss ich tatsächlich nochmal was nachgucken. Moment, Moment. Hier steht's. Hier steht's. Hier steht's. Hier steht's. Das ist aber noch okay. Oh, gib mir die Scheiße. Warte mal. So, hier sind die gemacht. So, die. Die habe ich ja schon zugewiesen. Wahrscheinlich müssen wir die jetzt doch fahren. Und die eine, die andere da. Das waren das neun Haltestellen, ne? Ach so, maximal neun. So, warte mal, dann bauen wir die nämlich jetzt auf. Maximum acht, maximal neun. Dann bauen wir die nämlich auf. Eine neue Strecke. So, die. Route 26, die Lagerhalle. Warte mal, wo ist denn die? Die muss ja hier unten sein, neulich. Ne, warte mal, hier oben ist die. Die. Butbauergasse. Zuckerfabrik. Die Zuckerfabrik. Zum Heuschober. Zum Heuschober. Das Forschungslabor. Oder das Zimmermanns Tor, Hauptbahnhof. Das. Oder jetzt müsste der Hauptbahnhof sein, noch nicht. Ja, das weg, okay. Das weg. Und dann zum normalen. Ne, warte mal. Hä? Hauptbahnhof, doch, ist richtig. Ja, das. Das ist die Strecke. So, die wir jetzt fahren. Da werden wir auf jeden Fall noch ein Fahrrad davor ziehen. Und zwar von der Route 19. Hier ist die. So. Und wir fahren die Strecke noch schnell an. Dann müssen wir eigentlich tatsächlich alles haben. So. Nationaler Feiertag. Mehrere Leute werden den Bus nehmen. Super. Nächster Halt. Großkorb. Bergerhalle. So. Anhalten. Eine Fahrkarte, bitte. Mhm. Einzel. Standard. Standard. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Standard. Danke. Jo. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Nächster. Ich brauche eine Fahrkarte. Tag. Senior 1. Eine Fahrkarte, bitte. So. Die Bootsbauerkasse ist die nächste Haltestelle. Nächster Halt. Bootsbauerkasse. Und dann hoffe ich, dass ich die richtig habe. Das war die beiden Aufgaben erledigt. Ich habe mal direkt in die nächste Aufgabe gehen können. Gott sei Dank, mein Gott. Hallo. Gibt es da Gast? Mit allem? So. Bussbauerkasse. Dann müssen wir auf jeden Fall jetzt halten. gleich so du bist ab okay du fährst geradeaus weiter du auch und da kann ich gas geben ich fahre ein bisschen vorsichtiger weil der bus ist ja bisher etwas länger so zwischen wieder viele die einsteigen wollen eine fahrkarte bitte ja das einzige senior eine ja Ich brauche eine Fahrkarte. So. Okay, Wochenkarte. Student. Mittagspaar. Passend. Einzel, Student. Eine. Ein Tag. Standard. Da. Heute sind wir jetzt eh schon... Ja, wir sind zwei Minuten über der Zeit, weil sie alle packten am Rücken. So, hoffen wir das. Oh, das ist bitter. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Ich spiele keine Wünsche. Oh, direkt. Wo hab ich denn... Ah, hier. Was? Ach so. Hier. Gut, zwei Schwarzfahrer haben wir erwischt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich wollte nur auf, jetzt zu telefonieren. So. Die Zuckerfabrik. Die Zuckerfabrik. So, ein bisschen auffassen. So, ich bin vorsichtig da drüber fahren. Okay, da möchte ich damit aussteigen. Wo man mich auch immer überholen muss. Gut, ich fahre jetzt was langsam, aber trotzdem. Das ist das ist das Ganze. Und ich habe ein bisschen... So. So. So viele Haltstellen dürfen gar nicht haben. Sechstum müssten wir, glaube ich, insgesamt haben. Boah, das Ding ist voll. Alle mal aussteigen oder einsteigen. So, zwei. Ja. Tag. So, passend. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Woche. Standard. Eins. Eine Fahrkarte, bitte. Woche, ja. Student bist du? Danke. Du brauchst einen Tag. Standard. Kipp ihn. Ach, perfekt. Weg. Achso, das war das Blinken gerade. Viele. Viele, das darfst auch nicht mehr sein. Wie gesagt, es ist zwei Haltstellen vielleicht noch. Eine, man weiß es nicht. So. So. Das nenne ich guten Service. Ja, auch du kriegst natürlich eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Ja, auch du kriegst natürlich eine Fahrkarte. Student. So, das Wenige von dem Zeug nehmen. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Tag. Standard. Gut, wir konnten allerdings nochmal die Fakten. So. Hier. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Was? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Was? Achso. So. Hier. Bitte. Oh, was sind die los? Da guck mal, der Bus ist fast rammelt voll hier. Wo hab ich denn? Klar. Aber bisher noch kein Schwarzfahrer. Mal gucken, wie der erst ist. Ach, wo hab ich denn? Ah, hier, bitte. Hier. Na klar, hier. Augenblick. Was? Achso. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maul. Was? Ah, achso. Hier, bitte. Hier hab ich alle kontrolliert. Na klar. Hier. Okay, Respekt. Alle haben sie ihre Fahrkarten. Scheiß auf Wirklichkeit. Scheiß auf Wirklichkeit. So. Gut, dann kann man nämlich jetzt hier ein bisschen die Ecke schneiden. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. So. Ah, ich muss anhalten. So. 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 Ich hab' mir nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs. Oh. Das war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Haha. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Mach' das mal. So. Das Forschungslabor. So. Dann jetzt müsste es eigentlich der Hauptbahnhof sein. Ich muss keine Verluste machen. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Einzel-Standard. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Natürlich auch. Du. Danke. So. Das könnte jetzt Hauptbahnhof sein. Der nächste. Ja. Weil wir jetzt ein ganzes Stück haben. Sechs Minuten soll die Fahrt gehen. Ja. 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 Das klappt aber auch nur du. Ja. 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 okay. Biz twee uhrn call from만en Reverend vton. Ja. Ja. Na komm. экersing. Er gas geht meine ich jetzt. 2 hm, kann passieren so, jetzt haben wir noch ein ganz schönes Stück zum Hoppernhof dann haben wir noch dreieinhalb Minuten so, genau, die nächste Altstelle ist ja da hinten ja, da fahren wir hoffentlich noch hinten hin, wenn wir das hier alles durch haben so so, bloß ich mir geblitzt werden bist du auch na komm ach, ich kann meinen Schlüssel nicht finden so so, alle mal raus dann sind wir durch tschüss tschau bis dann so, Müll aufgesammelt und dann sind wir durch Level 14 dann hoffe ich immer, dass wir jetzt alles durch haben so, Strickenplaner ja, beide durch gut, perfekt dann ist das nämlich genau die Lösung gut die nächste Tour machen wir dann in der nächsten Folge